Willkommen zu dem letzten Part, wir spielen jetzt auf normal, tut mir leid. Das war's. Alter, du kommst hier raus und alles gleich... Das ist ein ganzes eure Feld, von hier bis dahin... ...durchgehend. Huma fällt von Himmel und explodiert. Alter! Fängt ja gut an! Findest du? Haben wir eigentlich anmoderiert? Ja! Ja? Oh Gott! Oh mein Gott! Alter, was geht hier ab? Komm schon, komm schon! Komm schon, komm schon! Ich bin Schwarz-Weiß. Zoe ist tot! Geht doch mal gar nicht! Heil mich, Rico! Da hinten, Zoe! Loll! Töte mich, Rico! Töte mich! Töte mich! Es tut mir leid! Soll ich Bill kurz davor noch mal töten? Töte ihn! Töte Bill! Woher denn? Binnie, komm! Ich lasse es nicht wiederbeleben! Töte ihn schnell! Ich muss ihn wiederbeleben und dann nochmal töten! War ein bisschen Munitionsverteidung, ah ja. Hilfe! Hilfe! Der muss erst grau werden! So, jetzt darf der Tutsch! Arme Müll! Ist mir schon zu solchen Mitteln gehalten müssen! Da seid ihr doch wieder alle! Hallo! Ich hab euch alle gerettet! Hast du es nicht immer alle umgebracht? Weapons hier! Ah, natürlich sind meine Kanone jetzt alle! Ah! Alter Falter, ja! So, mal gucken! So, welchen wollen wir denn jetzt aktivieren? Wieder den rechten? Da? Aber Rico, guck mal nach hinten! Wie sieht du da hingeguckt aus? Moment mal, hat er gerade den Generator aktiviert? Ja. Ja. Oh, fuck! Leute, Ding ist unten! Ja? Ne, ja. Wiss ich nicht, ist runtergefahren. Ich weiß auch nicht, ob wir die anderen noch ab... Ja, natürlich müssen wir die aktivieren. Ja, kann ja wieder so ein Fehler sein, dass sie gleich startet. Oder? Kann sein. Alter! Bremen wir hinten alles wieder, dann auch. Ohne Rücksicht dafür nicht. Ja, sorry! Aber alle haben überlebt! Das war wohl die richtige Entscheidung! Ihr blöde Zombies, Mann! Alter! Sorry, Mann! Das ist echt unmöglich! Wie soll man das machen? Ne? Das ist total krank! Boah! Oh, Mann! Oh, nein! Buma steht da oben und kotzt die an sich herum. Da kommt Buma! Nein! 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 Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Alter, wie viel Spitter! Beko liegt in 3... 2... 1... Alter, wie die Erste! ... ... ... ... ... ... es kommt jetzt damit. 1... Wollung ... Alter! Das geht ja mal gar nicht, wie! Ich schieße es auf den Tank, wir haben keine andere Möglichkeit. Bis den Tank jetzt mit ihm ist die Möglichkeit. Was hält der aus, man? ZOLE ist tot! Ich glaube, wir werden das nicht machen. Boah, jetzt wurde ich angekotzt. Alter, ihr dreckige Boomer. Sie ist tot. Hier hinten ist eine Säure-Bar von mir. Aber wenn du ein bisschen höher hast, Jakes von hier hinten. Ich aktiviere jetzt schnell einen anderen Generator. Mach das, Alter. Leute, das Bitter ist da hinten. Okay, es ist Ammo hier. Wie die alle schreien. Reloading! Over there. Oh Leute, Leute. Ich glaube, das war das Ende unseres Parks. Alter. Alter. Gibt's! Das ist ein Rang! Halt dich bereit, Rico. Ja. Gibt da hinten eine Springfall auf. Da oben ein Haus, oder? Ah, das ist, ich denke, das schlechteste. Du wolltest mich überraschen, der Wichser. Pass auf, er wirft einen freien Rekord, wenn du betroffen bist. Er wirft ein Auto! Weil du wieder sehr offen stehst. Aber, ok. Ok, alles klar. Alles safe. Tank ist tot! Ich glaube nicht. Die alle extremen. Alter, wofür mir die alle her? Ich bin wieder wunderschön. Alter! Rekord! Rekord! Nächste! Nächste! Hallo! Hilf keiner! Yeah! Ich bin doch schon! Ich bin wieder! Nein! Ich bin wieder wunderschön. Es ist wichtig. Es ist wichtig. noch ein Moment ich hab's nicht mehr, aber hier liegt man... aber Bild ist... Bild ist noch da Ja lol! Aber jetzt geht endlich weg, ihr Wichser! Niko, du musst hier hin Ich hab's mal einen Erfolg mit den... ähm... ...datschgerungen, irgendwie 10 von den Wachern Ja, ja Danke, ich hab's gesagt, ich hab's dir geholfen Alter, hat mich fast erwischt Leder war am Weg Alter... Nice job Nice job Der Helm, 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 Helm Der Boomer Hier im Flug auseinanderbericht, wirklich Der Boomer Ein Bild für den Gitter Alter Alter Wie viel Bömer hier bei uns, Alter Wie viel Bömer bei uns, Alter Wie viel Bömer bei uns, Alter Wörse Mal habe ich noch nie gesehen, da kommt noch ein Ja, ein Segel Ich glaube, er ist Fremdl Alter, ich höre gar nicht mehr auf. Nee, allerdings nicht. Halt auf, ich muss dich auf. Überlebt Bilders? Komm schon, komm schon, komm schon! So, jetzt brennt er Hölle. Letzt mich. Alter. Der Boomer dreht sich irgendwo und kotzt Bill nochmal an. Oh, Bill ist tot. Oh Gott. So viel zu Bill ist in sich ein. Okay, die Strecke muss man gleich stellen. Ich glaube, wir schaffen das nicht. Ey, das ist ja krank, ist doch. Oh, da kommt ein Spitter! Ich glaube, wir sind jetzt auch Flags schaffen. Das nicht. Ich glaube, wir sind jetzt auch Flags schaffen, das nicht. Oh Gott, ich muss ja irgendwie wegdrecken. Das ist nicht die beste Position. Wir sind vor mir. Alter. Alter. Oh Gott. Das ist schon richtig krass. Wir schaffen das nicht. Es ist unmöglich. Besonders dieses Level. Ich sag mal, andere Level gehen vielleicht noch. Aber am Ende, der andere Abschnitt, das geht nicht. Das schaffen wir nicht. Ich sehe keine Möglichkeit dafür. Ich sehe wirklich, wirklich keine Möglichkeit. Okay, okay, alles klar, alles klar. Ich habe ja mein Fett jetzt. Komm mal Uni raus. Ja, gut, auf gleich ist es aber schon. Ich weiß nicht, da kriegt man halt nur so viel Schaden. Ich sehe aber nichts, wo ich kinschießen werde. Ihr Drackigen, F***er. So, jetzt sollten wir es aber schaffen. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann... Ich weiß ja auch nicht mehr. Dann ist aber irgendwann alles dabei. Nein. Oder doch, aktiviere mal alle gleichzeitig. Scheiß drauf. Everyone ready to start this one? Damn, damn, damn. Hier liegt noch ein Cocktail. Den werde ich gleich mal mitnehmen. Maltaus, over here! Hast du den anderen schon aktiviert? Ja, ist aktiviert. So, alle aktiviert. Vielleicht hätten wir das doch gleich so machen sollen. Ja, was bleibt uns für eine andere Wahl, die Kunde. Ja. Jetzt bereue ich es eigentlich auch leicht gestellt zu haben. Ist egal. Bist du verrückt? Komm mal. Mach, Rico. In dem Moment, wo alle brenntet, so wirst du hier ein... ...bewererstellen. Ja. So machen das Männer leider, Rico. Alter, jetzt sollte das Ding mir Adli mal weitergehen. Du hast Langeweile, oder? Jetzt komm, normal. Gerade wo der Tank kam. Ja, das hätten wir gleich machen sollen. Guck mal, das ist viel einfacher. Aber hier bin ich nicht. Ja, ich krieg natürlich Stein hier ab. Toll, das ist mein Gewehr, alle. Okay, er ist aktiviert jetzt schon. Ja, auf Verzicht. Ich, ne? Ja. Komm aber runter, Rico. Du musst mich verteidigen. Ich habe aber keine Waffe, ich habe nur eine Axt. Okay, ich aktiviere jetzt. Du wirst mich jetzt in meinem M60, ja. Das ist mein Mann. Die comfy neidisch sind. Nein. Aktiviert. Time ledig. Time ledig. Zum Glück hatte ich meinный UL. Der Armez, der Luis. Time ledig, das ist jetzt ein Kranke Scheiß. Kurios, was ist denn? Nur hier? mal gestorben und ich habe mich selbst geopfert für euch alle. Alter, aber hätte ich mein Adrenalin nicht gehabt, hätte ich das nicht geschafft, ne? Anzahl der Neustartsteuer. Letztens bin ich gestorben und jetzt bist du gestorben. Fodosfälle 8 aus dem Gefecht, 16. Alles wirklich krass mit den ganzen Boomer und alle. Oh ja. Nahkampfkits 216. 94 Oh mein Gott. Splitter, 170. Also gewöhnlich, ich habe immer am meisten. Ich habe auch am meisten Schaden erlitten. Verbündete getroffener Tricker, aber mehr. Das geht ja auch nicht anders. Ich habe die meisten Verbündeten wiederbelebt. Ja, und abgeschossen. Du brauchst ja irgendwie eine Aufgabe, ne? Ja, das musste ich euch da abschießen. 2400? Das ist ganz schön viel. Ja. Das ist durchschuld 1.000 mehr als normal. Meine Güte, war das aufregend. Ja, und das war es mal wieder mit der Spare von der Spare für euch. Tschüss. Ja. Haut rein, Leute. Ciao.